Das ist mein Standard-Pfeffer, der sogenannte Tally-Cherry-Pfeffer. Ihr seht es hier hinten aufgrund der Tabelle. Er hat eine gute Schärfe drin. Er ist auch sehr aromatisch. Man kann ihn für alle Gerichte nutzen. Man sollte ihn nur relativ sparsam nutzen. Also nicht wie der normale schwarze Pfeffer, wo man etwas mehr drauf tun kann, aber er ist sehr aromatisch. Und der grosse Vorteil ist, der kommt aus Indien. Das ist ein Pfeffer, der einen intensiven, nussigen Geschmack hat und auch wirklich sehr gute Schärfe entwickelt. Und der ist TGSEB. Da muss ich jetzt schnell ein bisschen lesen. Weil Tally-Cherry Garbled Special Extra Bold steht dafür, dass die gepflückten und getrockneten Beeren bzw. Körner sind sie ja dann speziell ausgesucht werden. Das heisst, nur die dicksten und die schönsten Pfefferkörner kommen dann in Vertrieb hinein. Und das macht ihn eben auch ein bisschen speziell. Pfeffer ist grundsätzlich unendlich haltbar. Man sollte nur entweder so verschlossen wie hier oder in einem Glas oder in einer geschlossenen Mühle hinein lagern, weil er relativ schnell vom Geschmack her verliert, wenn natürlich Sauerstoff viel dran kommt. Darum liefere ich diese auch in einem wiederverschliessbaren Standbodenbeutel.